Berlin wankt und die Machteliten zittern. Sarah Wagenknecht gründet eine neue Partei und es gibt Umfragen. Danach würde sie aus dem Stand damit sofort in den Bundestag kommen. Und zwar mit einem zweistelligen Ergebnis, im zweistelligen Prozentbereich. Gibt es dadurch in Deutschland jetzt einen starken Linksruck oder gibt es dadurch einen starken Rechtsruck oder beides? Oder ist sie am Ende doch die einzige Stimme der Vernunft? Deutschland kriegt wieder eine nationalsozialistische Partei. Es musste ja so kommen, wenn man sich auf der einen Seite die Stimmung im Land anschaut, die ja völlig mies ist. Und wenn man auf der anderen Seite sich das politische Spektrum anschaut, wo ja, wie Sarah Wagenknecht immer sagt, viele sich nicht mehr wiederfinden und wo eine Leerstelle auch entstanden ist. Wohl wahr, die Sozialisten von der Linken, die sind vielen nicht national genug. Die AfD ist vielen nicht sozialistisch genug. Da gibt es jetzt also eine Marktlücke und die ist wahrscheinlich auch nicht klein. Und immer wenn neue Parteien kommen, dann gibt es auch neue Ämter für aufstrebende, ehrgeizige Leute. Also ich zum Beispiel, ich werde mich jetzt für den Ortsverband München bewerben. Hier und da schwebt mir so eine Art tolle Gründungsfeier vor im Bürgerbeukeller. Aber vielleicht wird es doch wieder die Osteria, weil ein bisschen sind wir ja dann auch alle noch Salon-Bolschweigen. Aber Scherz beiseite natürlich jetzt. Das hat Sarah Wagenknecht so nicht verdient. Sie ist zwar jetzt auch nie zimperlich gewesen, wenn es um historische Vergleiche geht. Aber klar, vergessen Sie das jetzt alles wieder. Sarah Wagenknecht gründet jetzt also eine eigene neue Partei. Und das ist auch erfolgversprechend und das ist ja nicht selbstverständlich. Weil man könnte ja meinen, die Wagenknecht-Leute, das ist ja auch nur ein Teil der linken Fraktion und die wird es ja im Moment vielleicht noch nicht mal im Bundestag schaffen. Aber von wegen. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage von Insa und danach hätte das Bündnis Sarah Wagenknecht, so heißt es im Moment ja noch, 12% der Stimmen auf einen Schlag. Und damit wäre sie auch nur noch ein halbes Prozent hinter den Grünen, aus dem Stand. Und die gleiche Umfrage sagt auch, 40% der AfD-Wähler könnten sich vorstellen, dass sie abwandern zu Sarah Wagenknecht. Und 32% der ostdeutschen Wähler, die jetzt natürlich nicht deckungsgleich sind mit den AfD-Wählern. Die könnten sich das aber eben auch vorstellen. Und das sind schon ein paar. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal so viele Umfragen gegeben hat zu einer Partei, die es noch gar nicht gibt. Und was auch ein großer Erfolg ist für Sarah Wagenknecht, es wird eine Partei, die erstmal aufgebaut ist, rund um eine einzige Person, nämlich sie. Und das hat so bis jetzt auch noch keiner geschafft hier seit 1945. Und viele waren natürlich schwer begeistert über die Parteiankündigungen, viele andere sind aber natürlich auch schwer entsetzt. Und bevor es jetzt weitergeht, kurz noch ein Hinweis von mir. Morgen früh kriegen sie ja von mir die neue Hauspost. Diesmal zu Lithium, dem Batterierohstoff und zu den entsprechenden Aktien auch. Die Grafik hier, die ist von Trading Economics, der Preis für Lithiumcarbonat, der ist ja zu seinem Hoch letztes Jahr inzwischen um 73% wieder gefallen. Und gleichzeitig wissen wir aber, Lithium ist eben der große Batterierohstoff und es kommen ja auch so Dinge wie Verbrennerverbot und sowas. Und die Frage ist jetzt, ist dieser starke Absturz da jetzt wieder eine Einstiegschance oder eher nicht. Und die Reports von mir, die sind umsonst und wenn sie sie noch nicht kriegen, sie können sie jetzt noch schnell anfordern auf www.heinrichs-hauspost.de. Ich habe vorhin die ganze Zeit eine Überleitung gesucht von Sarah Wagenknecht auf den Lithium-Aktiensektor. Ich habe keine gefunden. Aber vielleicht ist ja die Schnittmenge von Leuten, die sich Videos über Sarah Wagenknecht anschauen und denen, die sich für Lithium-Aktien interessieren, vielleicht ist die ja doch nicht so ganz so klein. Wenn doch, Pech für mich und Pech für sie. Die Reports kriegen sie auf www.heinrichs-hauspost.de. Also wie gesagt, viele sind über die neue Partei eben auch entsetzt. Als allererstes natürlich die Linke. Die verliert jetzt zehn Abgeordnete. Sie verliert damit auch ihren Fraktionsstatus. 108 Mitarbeiter von denen verlieren ihre Jobs. Und die Linke kann jetzt im Prinzip ja auch wirklich abstürzen in die Bedeutungslosigkeit. Und darum liegen die Nerven da blank. Und die Partei fordert, dass die Wagenknecht-Leute jetzt trotzdem weiterhin einen Teil von ihren Abgeordneten-Diäten abgeben sollen, weil sie ohne die Fraktionen, die nämlich gar nicht hätten und auch gar nicht im Bundestag sitzen würden. Und Gregor Gysi hat sogar geschrieben, das Ganze sei ein unmoralischer Diebstahl. Dann die Regierungsparteien natürlich und die CDU. Die haben natürlich auch einen Grund, dass sie sich Sorgen machen, wenn so eine neue, starke Partei plötzlich hochkommt. Vielleicht jetzt mal abgesehen ein bisschen von den Grünen. Die haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu verlieren. Sarah Wagenknecht hat sich die letzten Jahre voll auf die Grünen eingeschossen. Die waren der absolute Hauptgegner eigentlich. Und sie hat sie ja auch neulich mal bezeichnet als die gefährlichste Partei im Bundestag. Das heißt, wer jetzt noch grüner ist, der wählt wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt nicht unbedingt Sarah Wagenknecht. Und dann natürlich die AfD, von der ja angeblich eben 40% der Wähler auch wechseln würden zu Sarah Wagenknecht. Und der Postillon, der schreibt ja schon, die AfD gründete sicherheitshalber eine eigene Wagenknecht-Partei. Das ist natürlich ein Gag, aber viele sagen trotzdem, naja, sie fischen beide im gleichen Teich. Ich komme gleich noch drauf. Wofür steht Sarah Wagenknecht? Sie hat ja immer offen gesprochen. Sie hat ja immer Klartext geredet. Sie hat auch einige Bücher geschrieben. Und sie hat hier ja auch einen YouTube-Kanal mit 666.000 Abonnenten. 666, the number of the beast. Und ich habe mal in den letzten Tagen hier auch mal ein paar von ihren Videos angeschaut. Und mir ist aufgefallen, einiges von den Argumenten, die ich selber auch schon öfter mal vertreten habe, die habe ich wirklich auch bei ihr wiedergefunden zum Teil. Also zu den Grünen, zur Regierung, zur Klimapolitik und so weiter. Das lässt für mich eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder die Frau ist wirklich sehr, sehr gescheit. Oder ich muss langsam ein bisschen aufpassen, was ich hier so von mir gebe. Aber was sind typische Wagenknecht-Positionen? Was sich schon immer durchzieht bei ihr seit Jahrzehnten, das ist natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit. Das ist mit Sicherheit ein Kernanliegen von ihr. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Nur, es ist natürlich auch schon immer ein Kernanliegen der Linken gewesen. Das kann sie da also auch haben oder hätte sie da haben können. Das will sie so aber nicht mehr und da spielen vielleicht auch persönliche Spannungen eine Rolle oder sowas. Aber sie hat natürlich eben auch gesehen, die Linke, die kommt nicht mehr weiter, die ist im Moment erfolglos. Und sie selber ist aber nicht erfolglos, weil sie inzwischen noch andere Themen besetzt hat. Und das sind eigentlich, naja, AfD-Themen. Die AfD hat das auch gleich erkannt. Björn Höcke hat mal gesagt, die Frau ist gut, die soll zu uns kommen. Tino Chrupalla hat jetzt gesagt, das Ganze ist fast 1 zu 1 AfD. Und auf der anderen Seite sagt Sarah Wagenknecht, auf gar keinen Fall. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich habe mit denen nichts zu tun. Und die Leute wählen AfD ja auch nur aus Verzweiflung. Und weil die Unzufriedenen nichts anderes haben. Und denen will sie jetzt aber ein seriöses Angebot machen. Sie ist also die Alternative für die Alternative für Deutschland. Das erinnert auch ein bisschen alles an die AfD mit Substanz von Friedrich Merz. Das ist ja von Jan Böhmermann dann gleich wieder gekontert worden mit Nazis mit Substanz. Und als solcher hat er vorher aber auch schon die Goldanleger bezeichnet. Siehe dazu mein Video von Anfang September. Aber das alles nur nebenbei. Jedenfalls, sie sagt, Schluss mit der grünen Klimapolitik, Schluss mit Migranten, Schluss mit Waffenlieferungen an die Ukraine, stattdessen Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und auch wieder Einfuhren von russischem Pipelineöl und Gas. Und ich will das jetzt gar nicht werten und kommentieren hier, weil dann sitzen wir morgen immer noch da. Aber es sind alles mehr oder weniger rechtsextreme Positionen, wenn die AfD das sagt. Wenn Sarah Wagenknecht das sagt, interessanterweise, dann sind das legitime Anstöße, legitime Debatten, Dinge, über die man reden muss und ohne die AfD jetzt verteidigen zu wollen. Aber warum ist die AfD dann überhaupt so rechts und auch nicht koalitionsfähig, wie Sarah Wagenknecht sagt, wenn sie ja das Gleiche auch immer sagt. Das ist schon so ein bisschen das Merkwürdige. Und das Zweite ist aber natürlich auch noch das Thema Wirtschaft und Wirtschaftsordnung. Ist das doch nicht Freiheit? Und sind Sie überhaupt gegen Kapitalismus? Ja, es spricht doch wenig dafür. Was spricht denn für Kapitalismus? Mein Lebensstandard. Ein bekannter Ausschnitt, Sarah Wagenknecht in der Harald-Schmidt-Show vor zwölf Jahren. Ich verlinke Ihnen das hier auch. Und wenn Sie in dem Video ein bisschen weiter nach vorn gehen, dann sehen Sie auch, wie Sarah Wagenknecht sich damals vehement gegen die Kernenergie ausgesprochen hat. Und wie sie gesagt hat, man schafft das locker alles mit alternativen Energien auch und zwar ganz, ganz schnell auch. Also genau das Gegenteil von dem, was sie heute sagt. Aber da wollen wir mal nicht so sein, weil wie schon öfter gesagt, Markus Söder, der hat damals ja als bayerischer Umweltminister sogar mit seinem Rücktritt gedroht, wenn 2022 nicht der Atomausstieg kommt. Und man soll den Leuten jetzt auch nicht dauernd vorhalten, was sie vor vielen, vielen Jahren mal gesagt haben oder geschrieben haben. Das sagt auch Hubert Aiwanger. Aber neben der sozialen Gerechtigkeit gibt es eben noch ein Thema, das sich bei Sarah Wagenknecht da so durchzieht über die Jahre hinweg. Und das ist eben das Thema Sozialismus. Ich werde auch das nicht werten. Man soll nur wissen, was man sich da einkauft. Sie ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr diese ganz beinharte Kommunistin, die sie mal gewesen ist. Jahrelang da so bei den Linken in den Jahren bei der kommunistischen Plattform. Aber was haben wir seitdem nicht alles doch gehabt? Lobeshymnen auf Hugo Chavez, den Präsident von Venezuela oder auch auf Fidel Castro. Alles lupenreine Demokraten natürlich und den Ländern, die die regiert haben, denen ging es jetzt aber auch nicht unbedingt gut. Gleichzeitig hat sie ordentlich ausgeteilt gegen die USA, gegen die Konzerne und gegen die Reichen. Und inzwischen hat sie die soziale Marktwirtschaft für sich entdeckt. Sie ist ja auch nicht blöd und sie hat Ahnung. Sie ist eine promovierte Ökonomin und die Doktorarbeit, die sie geschrieben hat, Magna Cum Laude, die ist im Bundestag wahrscheinlich eine von den wenigen, die auch einer Überprüfung standhalten würden. Aber wir haben bei ihr eben trotzdem nach wie vor Vorstellungen, die dirigistisch sind, stark, die nicht unbedingt marktfreundlich sind, mit Zerschlagung auch von Konzernen, mit Höchstpreisen, die der Staat festlegen soll und mit einer viel höheren Besteuerung auch von Vermögen. Und es ist jetzt nicht so, dass das nicht alles sowieso auch schon stattfinden würde bei uns. Aber eine Regierung Wagenknecht, wenn sie denn kommen würde, die wäre wahrscheinlich doch eine Regierung auch noch mit mehr Umverteilung. Und außenpolitisch werden wir auch in einer starken Frontstellung plötzlich mit den USA und es gäbe eine Sicherheitspolitik wahrscheinlich, die sich auch stark richtet gegen Militarismus, tatsächlichen oder vermeintlichen. Und auch das lasse ich einfach mal so stehen, man soll es eben nur im Hinterkopf haben. Jetzt muss Sarah Wagenknecht sowieso ihre Partei erstmal aufbauen, richtig. Sie braucht jetzt sehr viele gute Leute für die ganzen Landesverbände zum Beispiel. Das wird bestimmt nicht einfach. Und es gibt ja inzwischen auch andere Umfragen, zum Beispiel eine von Forsa. Da heißt es dann wieder, nur drei Prozent der Bevölkerung oder der Befragten, die würden die Wagenknecht-Partei auf jeden Fall wählen. Und 17 Prozent würden sie vielleicht wählen. Und man darf aber nicht vergessen, im Moment ist natürlich der große Wagenknecht halb. Im Moment dreht sich alles um sie. Aber sowas ändert sich ja heutzutage auch wieder schnell. Aber was eben wirklich sehr, sehr spannend wird, das ist eben, kommt sie an diese AfD-Wähler jetzt ran oder tut sie das nicht? Weil dann sieht man nämlich auch, wählen die ganzen Leute AfD aus Verzweiflung, so wie Sarah Wagenknecht es sagt und viele ja andere auch. Oder sind das doch Wähler aus Überzeugung? Und die AfD kann dann argumentieren, wählt das Original. Ist Sarah Wagenknecht jetzt also dieser Böhmer-Mansche Nazi mit Substanz? Ich würde es verneinen. Es kann allein deswegen schon nicht sein, weil sie eine Frau ist und Nazi kann man nicht gendern. Ich habe mich davon überzeugt, auf einem führenden Portal, das geht nicht, zumindest nicht barrierefrei. Aber im Ernst, nein, ich glaube das nicht. Was ich aber schon sagen würde, sie hat schon sehr tief ein paar Mal in die Populismus-Kiste gegriffen. Und das glaube ich auch sehr bewusst. Und man sollte doch, so wie bei allen anderen Parteien, aber auch sich sachlich und in Ruhe anschauen, was man sich da eben wirklich einkauft. Vielleicht ist es ja die Partei, von der sie immer geträumt haben. Aber jemanden nur zu wählen aus Protest, das ist vielleicht doch dann keine so gute Idee. Aber zu einem Punkt werde ich jetzt doch nochmal klar meine Meinung sagen, weil eins passt mir gar nicht. Das ist Sarah Wagenknecht 2013 in einer Fotostrecke der Zeitschrift Gala, verkleidet als Frida Kahlo. Eine Malerin, berühmt unter anderem dadurch, dass er eine Affäre gehabt hat mit Leo Trotzki. Der war da in Mexiko im Exil und Stalin hat ihn da dann ermorden lassen. Was für eine schöne, tragische Geschichte und was für eine starke, tolle Frau. Nur, dass Trotzki natürlich auch tausende von Menschenleben auf dem Gewissen gehabt hat. Und da fragt man sich dann schon manchmal, was wäre denn jetzt gewesen, wenn zum Beispiel Alexander Gauland sich für Gala verkleidet hätte als der homosexuelle Buhlknabe von Ernst Röhm. Hätten wir dann auch alle gesagt, oh toll, dass er das gemacht hat. Welch Größe, welch Schicksal. Ernst Röhm war ja immerhin auch das Opfer einer Diktatur. Und Frida Kahlo, die war dafür dann danach auch wieder eine glühende Stalin-Verehrerin. Wir haben also in breiten Gesellschaft permanent immer noch diese ganze Romantisierung von irgendwelchen Gestalten, die ja eigentlich komplett unsäglich sind. Nur weil das alles noch irgendwie idealistisch oder intellektuell oder emanzipatorisch klingt. Und das geht mir schon ziemlich auf den Senkel. Aber führen Sie es einfach zurück auf meine provinzielle Herkunft. Ich erkenne es einfach nicht, das große, schöne Ware, auch wenn ich es vor mir habe. Ich sehe da leider nur Schwulst. Dafür mache ich Ihnen jetzt noch die Hauspost fertig zum Lithium-Sektor. Wie gesagt, morgen geht es hier raus. Also denken Sie daran, dass Sie sich dafür noch eintragen auf www.heinrichs-hauspost.de. Und wenn Sie wieder erwarten, sagen sollten, aus unerfindlichen Gründen, mich interessieren Lithium-Aktien ja aber doch nicht ganz so sehr wie Sarah Wagenknecht, dann können Sie mir wenigstens ein Kanal-Abo dalassen. Zum Abo geht es hier unten. Dafür schon mal vielen Dank. Wir sehen uns dann im Bürgerboy-Keller. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank.